Langfeld City, Bauprojekt zur alten Feuerwache, Oktober 2018. In den zwei Einfamilienhäusern verrichten zur Zeit die Putzer ihre Arbeit. Nachdem bei Haus 4 die Gerüste entfernt wurden, ist der Blick auf die Fassade frei. Auch in Haus 4 haben zur Zeit die Putzer das Sagen. Haus 6. Hier sind auch zum größten Teil die Gerüste entfernt. Dieser Fernblick zeigt die Stadtnähe. Jetzt im Bild Haus 7. Im letzten Bauabschnitt ist der Rohbau von Haus 12 abgeschlossen. Im Bild Haus 11. Die Häuser 9 und 10. Von der Straße am alten Gaswerk sieht man die Häuser 3 und 4. Zum Schluss machen wir einen Rundgang durch die Musterwohnung an der alten Feuerwache 7b. Sie ist sonntags von 11 bis 13 Uhr oder nach Vereinbarung zu besichtigen. bis zum Schluss machen wir einen Rundgang. Für die Zeit die Musterwache 7b. Tatsächlich werden die Musterwache 7b. Sie ist ein Rundgang, Fassade wieder und das Sie ist... zu unterstützen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018